Hey Leute, wir spielen hier eine Runde Koop in Kurschen Red River mit meinem Kollegen Lockhart. Checkt den ab und wir gehen gleich rein. Viel Spaß. Siehst du meine Wischen? Guck mal meine Wischen an. Ah, jetzt. Hast du, hast du, hast du, ah, du hast so Headphones. Das sah eben so, ja, das sah eben so aus. Alter, der droppt sich einfach auf den Boden. Alter. Hast du so? Das könnte dreckig werden, ja, jo. Oh, guck mal nicht mal mit vollem Magazin gibt er mir die. Ei, 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 ei. Du hast doch eh nichts. Na jo, genau. Ich meine, in der einen Runde hast du voll viel gekillt, das muss ich jetzt zugeben. Wir müssen. Oh, guck mal da, guck mal, da liegt sogar eine erste Kiste, die ich öffne, ein Aug-Magazin drin. Äh, jup, das andere Gedöns brauche ich nicht. Ich will drin lassen. Oh, da sind, muss ich gleich rippen, sagst du nicht, was da ist. Old Radio. Old Radio. Was ist das eigentlich wert? Ich nehme es mal mit. Ich will wissen, was es wert ist. Äh, wohin müssen wir überhaupt? Ich glaube, in den Süden wieder. Du glaubst. Du glaubst. Ajo. Schwarz-Jus. Quasi genau dieselbe Mission. Warte mal, was müssen wir nehmen? Wir müssen diesen... Okay. Also das zählt nicht das, was ich dabei habe. Kann ich das dropen oder was? Nee. Kannst du wegschmeißen, ja. Oder du verkaufst es. Na, dann schauen wir mal. So. Verteil mal in ein paar Headys, ich brauche gescheite Ausrüstung wieder. Ja, wobei, ich brauche einen Helm und eine Rüstung. Das heißt, nicht unbedingt immer Headshots geben. Du hast aber eine Rüstung an, oder? Ja, ja. Aber halt... Leider halt wie so... So eine... 15 Minuten. 15 Minuten. Du bist aber sportlich. Da ist einer vorne. Ungefähr 30 Meter vor uns. In einem letzten brennenden LKW war einer. Ja. Oh, hier ist auch einer. Ja. Noch nichts. Okay, einer down. Weiß nicht, ob es der war, aber... Nee, nee, das war hier beim... beim Tor. Ich weiß auch nicht, ob er mich jetzt getroffen hat, aber ich glaube, nein. Er hat mich nicht getroffen. Ist er nicht. Das kann aber sein, das ist der war, den ich gesehen hole. Auch wieder ein bisschen mehr Muni. Du hast gesagt, ja, beim hinten... beim letzten brennenden LKW. Ja, der war hier. Ach so, dass er da rüber gelaufen ist, meinst du? Ja gut, das kann so sein. Können wir da überhaupt lang? Nee, ich glaube, da ist Ende Gelände. Oh. Ja, ich glaube, da ist Ende Gelände. Ja. Oh, ich werde jetzt nicht überrascht und looten. Oh, okay, die Rüstung. Okay, das wäre dieselbe. Aber sonst hat er ja nix. Okay. Ich schaue jetzt auf den. Hat der irgendwas, was ich bräuchte? Gott nicht. Wirklich. Wir sind wieder in der Halle, glaube ich, gell? Ich schaue wieder Schritte. Vor uns auf jeden Fall. In den Turm hoch. Ich glaube, der ist genau hier. Scheiße, glaube ich. Du mal hier hinten ein bisschen clearen. Ich versuch's zumindest. Ich seh ihn. Oh shit, ja. Oh ja, ich hab hier noch einen. Da kommen zwei. Ist der down? Ja, der ist down. Kommt noch einer. Hab ihn. Hast den? Okay. Okay, ich wurde nicht getrunken. Ich bräuchte aber... Opsa. Ich bräuchte mehr Muni. Was? Brauchst du Muni? Ich hab noch. Ja, ja, ne, ne. Alles gut, alles gut. Ich werd wahrscheinlich die lupen können. Du darfst in eine Raid nicht ohne Muni gehen, Kollege. Ich hab noch Muni. Ich brauch nur noch mehr Muni. Ich hör wieder an. Und die Grafikraffer. Und die Grafikraffer. Die MP5 nehmen wir mal mit ins Zweitwaffe. Da kommt wieder einer. So. Um die Halle herum sind wieder ein paar. Ich bin jetzt in der Halle. Ja. Wurdest du angeschossen oder ich? Ich hab noch nicht geschossen. Ich bin wieder in der Halle. Ich hab noch einen. Hast du die Broschüre gefunden? Nein. Ich hab eine... Ich hab... Apropos die eine auf den Boden geschließen. Welche eine? Die alte. Die alte. Ja, die alte ist ja egal. Muss dann hier irgendwo eine sein. Da. Einen Helm hast du, oder? Ja, ja. Ich hab die. Also ich hab das Intel. So. Wo müssen wir dann hin? Äh... Okay. Wir müssen dann quasi in das nächste größere Gebiet links von uns dann von der Map aus gesehen. Okay. Okay. Oh, ist die eine? Zeig dich, Arschloch. Okay, er ist down. Wir müssen dann schon mal holen. Hm. Mhm. extremely, mh dawn. Ehm... Hm, hm, hm... Hm oder Wack? ich habe schon verpasst also ich habe jetzt zwei gegner gekillt die haben wir noch nicht gelootet ich glaube der eine hat sogar einen dicken rucksack an gehabt einer minus der anderen seite ja aber bei mir ging eben die schüsse ein oh shit der ist irgendwo rechts so kommen wir wieder zu dir ist er down du hast definitiv getroffen oder heil dich weil dass du wieder stirbst ich seine auch retten muss bist du das ich bin in der halle ja ich renne weiß nicht gerade wo du bist ich habe noch einen gekillt alles gut also mindestens drei oder vier leichen da ich gucke links und rechts ja rechts sieht gut aus da sind auch die meisten toten ich bin längst in der halle der der halle glaube ich auf jeden fall höre ich was wo bist du zwischen den hallen da wo die ganzen leichen sind ich versuche dennoch zu kennen dass der uns noch ok dem sein hellen besser als meine aber der ist jetzt am arsch da bin ich erwischt welchen schnacht laden achtung alle das bist du ja er kommt wo ist denn der moment ich irgendwie ein magazin verloren er ist down er ist down er ist down ja genau ah hört doch auf nachzuladen du geh mal nachladen das war's so ok der hat einen großen rucksack den würde ich tatsächlich mitnehmen wollen dann machen wir das auch der hat einen 105er also einen tv helm 105 ganz ja den nehme ich mit das habe ich den nehme ich mit so weißt du noch wo wir das abgeben muss ja in dem nächsten großen gebiet da oben glaube ich so wo die schonsteine sind da in die richtung da wo du hinguckst vorne links quasi also nach links bisschen so aber ich muss ganz kurz mal was schauen hier wenigstens ein magazin voll machen wo bist du gerade in zwei meter von dir entfernt gerade das tablet auf da kommen wir von da eigentlich wenn wir hier raus hier links weiß nicht da ist hier die map zu ende ich glaube da ist die map zu ende oder so ok hier ist wieder nichts das ist ja das ist ein ausgabe gut dann müssen wir hier lang irgendjemand das hat für mich du bist ja im haus ne eine waffe zittert wieder so komisch das hat sie wieder nicht das ist gut hast du ihn kann ich nicht bestätigen weiß ich nicht wo war der denn da ne ich glaube nicht der ist runtergekommen hier bei diesen lazarettzelten ah ok nein ich höre ihn glaube ich ja ja ich sehe ihn der ist down der liegt zwischen den zelten ich habe ihn gehört aber lecker an er hat eine ak das war ein headshot sogar ok wo sind wir jetzt eigentlich aber wir sind immer noch nicht mal beim ziel wir müssen hier raus und dann komplett links wie viel fmg murien hast du noch kannst du mir so ein 30er stack geben ja wenn du willst alles geben ja nutzt du die nicht selbst ich habe eine ak jetzt aber ach so ja dann gib mir alles wie machst du es am besten einfach fallen lassen oder ich probiere es hier wo mein laser ist ah ja ich sehe es nicht das hier mal aufladen so wie kommen wir hier denn am besten der hier hoch oder hier ist ja genau da ist äh da hast du der weg ja wie abkürzung genau ah gut gut das brauche ich ja kann man mitnehmen ist halt auch nur 40 wert ne ich brauche doch für die quest glaube ich noch ah ich nehme mal so old radio mit ja nimm es mal mit ich schaff es nie in der ganze runde oh jesus ähm ich stecke mir immer ein eins zu anfangen an aber dann finde ich immer was besseres also so also ich bin jetzt drüben ich bin drüben ja ich bin nicht hoch gekommen ich schlaufe jetzt den weg außen rum sozusagen äh ja und der trick ist dabei stehen zu bleiben springen und dann nach vorne zu drücken nicht nach vorne drücken und springen dann springt er irgendwie höher ich bin jetzt schon ziemlich nah am ziel na ich bin wieder im blauen zaun da wo wir letztes mal bin ich sicher ob ich dich gehört habe oder jemand anderes ich bin ziemlich weit weg von dir ich bin ziemlich weit weg von dir ja ist egal ich laufe hier den weg zusammen guck mal du bist ja schon quasi im gelände drin ich höre wieder was mich bestimmt nicht nein nein es ist die stimme ich versuche in deine richtung zu kommen ja ok wir sind ja nicht so weit weg ich höre dich bleib mal stehen ja ja das warst du ok aber da ist einer ja da ist er ich sehe ihn siehst du ihn ja hey we got fang over here oh oh 2 oh oh wo dann wo dann oh 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 in dem ganz großen gebäude stein guckst du grad dahin ja ok gut dann weiß ich ja ungefähr wohin ich flenk mal ich flenk mal bin quasi hinter dir irgendwo ich flenk mal ich frisch Okay, ich habe einen. Komm, zeig dich. Okay, ich habe zwei im Gebäude erledigt. Ich habe auch einen. Und das Welchen-Gebäude? Äh, Moment. Ich weiß nicht, ob wir stehen oder du. Die lucht meist ja die Magazine weg. Weil du keinen Platz hast, wahrscheinlich. Ah, das kann sein. Oder? Ich habe einen Platz. Oder es kann sein, bei Tarkov zum Beispiel ist es so. Wenn ich zu schnell mache, oder was? Ja, Double-Click zum Beispiel. Ah, okay. Also da, wo ich jetzt bin, wenn du auf die Map guckst, da habe ich die zwei erledigt. Ein 105er-Helm habe ich hier noch. Sieht mein Helm aus. Meine sind auch 105. Hier ist ein Treibstoff-Tank bei einem. Ich habe drei Stück. Okay. Hier ist auch noch ein Treibstoff-Tank. Äh. Ich glaube, ich brauche noch einen. Hier ist einer bei mir. Ja, ja. Der eine hat ja auch einen. Ich glaube aber, ich brauche einen. Okay. Ja, komm. Dieses Old-Radio. Ich nehme erst mal nur ein Old-Radio mit. So, da müssen wir hin. Hier bei mir ist es eigentlich. Ja. Irgendwo hier müsste es sein. Noch ein, äh, noch ein großer, äh, Salz-Salt-Backpack, falls du den brauchst. Ah, nicht unbedingt. Hab ja eigentlich genug. Also, ich habe jetzt schon wieder zwei dabei. Das langt. Solange ich immer mit einem mehr rauskomme, als ich davor hatte, ist alles gut. Alter. Hey, du bist so ein Kackloch in der Wand, will er nicht durch. So, wo lang? Okay. Ich gucke quasi auf das Ziel, mehr oder weniger. Du bist quasi schon dran vorbei. Geh mich hier durch? Ja. Was tutest du denn nicht dafür? Ich bewege mich nicht. Okay, genau. Okay. Ist er hier in der Halle oder außerhalb? Hier liegt noch eine Leiche. Ach, ich habe gar nicht viel. Scheiße. Hab ich denn genug jetzt? Ah, komm. Magazin glaube ich nicht. Ja, so mit einem Arkarm zu spielen ist, glaube ich, besser, weil... viel mehr Munition hier rumliegt. Oh, Pin-Killer. Nice. Oh, ich merke gerade auch, ich habe gar keine Pin-Killer dabei gehabt. Du, vergessen. Ich bin draußen noch reingehört, aber... Am besten ist, wir machen die Quest zu Ende und dann können wir... Hier ist noch ein 105er-Helm. Das ist wahrscheinlich der von vorhin, oder? Ich habe... Also meiner, ja. Braucht keinen. So, jetzt... Wohin, wohin? So, Moment. Gut. Perfekt. Okay, du bist bei mir hier, ich sehe dich. Ich kann mal... Ich kann mal... ...müsste ja hier irgendwo sein, ne? Ja, irgendwo hier. Du hast den Staff, ne? Ja. Das ist so ein markierter Container, so ein kleiner... Also letztens war es so ein kleiner... Äh... Na? Die sind alle markiert. Der, wo ich jetzt bin, ist doch auch markiert, oder? Naja, der hat... Der ist so ein kleiner, viereckiger mit so... ...weißen, weißen Streifen. So, als hätte ihn jemand mit... ...weißem Klebeband... Hier, hier, Monitrionsding. Guck mal hier. Moment, Moment. Die Lupe noch hier. Habe ich alles schon. Ja, du, aber nenn dich. Was dann? Ja, guck. Ja, genau, so einer. Genau, das ist der. Zack, rein da. So, jetzt müsste das aktualisiert sein. Das Symbol verschwindet nicht, aber... Ne, ich sehe es, ja. Wir haben es, wir haben es. Gut, dann... Hier einmal links. Nice. Einmal hier links. Oh, hallo Tüffeli. Eine wunderschöne. Ja, uns geht es, glaube ich, ganz gut. Wir sind beide jeweils einmal gestorben. Oder? Komm hier. Doch, ja. Wohler. Ja. Hier habe ich schon einen erledigt, glaube ich. Warte, sieh. Oh, da ist doch kein... Da ist doch nicht der Exit, oder? Warte. Ja, ich meine, du leckst mal schon. Ja, doch, doch. Ja, passt. Hier habe ich einen erledigt, aber da vorne... So, bist du noch einer, oder? Ja. Aber da ist eine Riesentreppe. Äh, ich docke mit Budde zusammen. Ah, hallo Flo. Na? Oha. Oha. Alter, da kann man hier ganz hoch auf den Turm. Okay, zwei Minus. Okay. Ich glaube, wir können extracten. Das ist ja geiles Sniper, wo sie hier oben... Ah, auf diesen komischen Pasta, also diesen runden Container. Behälter. Ich loote mal den anderen. Jo, okay. Nur Mühe. Auch Mühe. Okay. Aber wir gehen jetzt eh raus, ne? Also, guck halt, ob du... Obwohl, warte. Die MP5 ist besser. Das ist Schalle. Ach so, eine Schallgedämpfte. Nice. Muss mal gucken, wie weit man die MP5 modden kann. Äh, da gibt es drei verschiedene, ne? Die mit Schalldämpfer drauf, da kannst du nicht viel machen. Die MP5K, die kannst du ein bisschen mehr modden. So, das war's mit dem Raid. Danke, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Schaut mir beim Spielen auf Twitch zu. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.